hallo liebe dart freunde willkommen zurück schön dass ihr einschaltet ja was soll ich sagen in der letzten folge leider wieder unter 2000 punkte wir haben 1937 punkte gesehen was zu einem gesamtergebnis von 8069 führt da fehlten wieder ein paar punkte naja heute geht es in die vollen in folge 5 bei 3000 darts viel spaß beim einschalten lehne ich zurück hörst dir an darte selber dabei ein bisschen und los geht's 41 20 49 60 da bin ich zu aufgeregt apropos aufregung seid ihr gespannt auf die nächste folge dann lasst gerne auch da und aktiviert die glocke und ihr werdet hier nichts mehr verpassen 23 oh 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 3 punkte 21 30 56 27 41 33 net raus ja ich habe gewonnen das spiel ist vorbei danke fürs einschalten bis zum nächsten mal nach spaß bei seine jetzt geht hier direkt mit der eins weiter und dreimal die eins kann es denn besser laufen also vier mal die eins vier punkte 30 35 35 35 65 61 41 40 40 25 21 Punkte 61 23 60 22 So 5 treffen wir jetzt mal auf die 19 Schauen wir mal was da passiert 45 42 21 22 So die letzten 3 die nach oben gehen Dann gehts wieder nach oben Oh der will doch schon nach oben 23 22 58 24 22 42 30 30 50 40 40 40 40 50 60 50 52 25, 22, 13, was ist denn das? 25, 140, da ging aber gerade kurz der Puls nach oben, als der 2. saß und der 3. am Fliegen war, haben wir gemerkt wie ich das gemacht habe, nicht so, definitiv. 26, 76, die letzten 5 in dieser Folge, falls ihr es noch nicht getan habt und ihr gefallen daran findet, was ich hier fabriziere, dann lasst du doch gerne auch da, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr nichts mehr verpassen. 25, 37, 52, 55, 67, Ja, die letzten 3 Darts für diese Folge mal wieder, schaffen wir nochmal über 50 Punkte zu kommen. Ich setze extra niedrig an. Ja oder nein in die Kommentare. 40, schade Marmelade. 40 Punkte zum Abschluss, ich bedanke mich fürs Einschalten, drück gerne auf gefällt mir, würde mich sehr, sehr freuen, lass gerne ein Abo da und falls du bis hierhin gekommen bist, schreib doch mal Hashtag Ende in die Kommentare. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.